Amm, amm. Mein Kampfschrei. Wie du sagst, was hier mein Kampfschrei. Keine Sorge. Meines Männchen, ja. Äh. Prrrr. Das ist... Dein Kampfschrei ist einfach ein fetter Röpser. Sexy, yes, fuck. Nein. Ah, jetzt läuft das Spiel schön. Ja. Jetzt habe ich auch keinen Krebs mehr. Gleichfalls. Ich habe uns geheilt. Ich habe uns geheilt. Rette deinen weiblichen Freund. Ja. Darfst du dich nicht mal Bullimonks zu killen, du Pfeife. Ich kann die Radius meiner Granate nicht einschätzen. Der Granat ist sehr groß. Ja, ich weiß. Aber ich weiß nicht, wie groß. Sehr groß. Hast du das auch immer schon gemacht, ähm, wenn du Salzstangen isst, dass du dich dann selber zum Walrost machst? Ja. Manchmal ja. Oder es war einfach damit so zu, als wäre es eine Zigarette. Oder wie so ein Hase aufessen. Naja. Also was, ey. Wenn du das nicht gemacht hast, dann warst du ein Scheißkind. Wenn deine Haarbürste nicht dein Mikrofon zum Singen war. Oder der Besen keine Gitarre. Hast du keinen Erböder. Was ist ein Kamm? Was ist ein Kamm? Bei dem Ahnen, wo ich auf der Karte rumlaufe. Was machst du jetzt da? Keine Ahnung. Ich hab's hier irgendwie hoch geschafft. Ich erzähl mir doch was über diesen Zero, mit dem du mal spielst. Ist ein Freund aus der Schwule. Da kann ich ein Süßer zu sein. Boah, du Scheiße, Alter. Auf mein Leben. Rödel nicht herum. Erfülle deine Mission. Okay, ich lass mich nur kurz die Weintraube essen. Erfülle dein Schicksal, Garzu. Fällst du zu Asche? Ja, wir haben sie. Wir sind fertig. Raus hier. Abonniert der Neu. Abonniert der Neu. Weuuu. Ach, da ist mir dein Frontlands-Video angeschaut, ne? Wo wir bei der Arsch-Gaul-Stelle waren. Ja. Inzwischen heißt er nicht Ass-Gool. Er ist Bud-Stallion. Brrrrrr. Dammit, Aldi. We have to do something. Ah, but I don't know what. Ab welchem Alter sollte man jetzt zum Beispiel einem Kind ein Smartphone in die Hand drücken? Hm? Mhm. Oder generell mit Medien, die Internet zusammen... Ja? Zusammen. Ich bin einfach so richtig scheiße und sitz die ganze Stunde über nur im Medienunterricht und spiel am 3DS-Pokémon. Vielleicht das jeder sehen kann, oder wie? Ja, voll auf den Tisch gestellt und spiel Pokémon. Wow. Mein Lehrer guckt mich einfach nur an, fragt mich, ja, würdest du behaupten, dass du süchtig nach Videospielen bist? Ich sag so, nö, ich könnte jetzt aufhören, wenn ich will. Aber ich hab grad voll Lust zu spielen. Ich geh hier durch, einfach alles tot. Danke fürs Vorarbeiten. Und hier bekommt man Professionalität. Schieß dir in deinen Tiki Toe. So, Benza. Tschüss. Oh! Ein HP! Die HP schmelzen nur ganz langsam da hin. Warte mal. Tsss. Losgup. Losgup und Borderlands sind auch kein Problem. Lass mich meinen Stolz haben. Guck mal, der hier versucht zu deppen. Wo bist du? Der hier auch! Und der auch! Warte ich. Wir deppen alle! Stecksmechanal. Du hast grad so da, weißt du was gut, was der Unterschied ist zwischen mir und dir. Ich kann fressen und Leute killen, du kannst gut fressen. Okay, jetzt lassen wir jetzt. Cool! Ich wollte mich in den Weg, in den Weg des Zuges stellen, das krieg ich noch hin, los! So, so ist angenehm. Arigato! Ist das ein Problem, wenn ich eine Freundin einfach dazuhol? Ja, weiß ich nicht. Okay, dann hol ich mich noch dazu.